Und da sind wir wieder zu einer weiteren Folge Let's Play Verkacken in Titanen Rachen, keine Ahnung, ist nichts Lustiges eingefallen. Denn ihr müsst wissen, wir haben gestern eine herrliche Folge aufgenommen, ein furioses Feuerwerk an Witz und Humor und Fraps war ein Arschloch. Mehr muss man eigentlich nicht sagen, was? Mal wieder. Immer noch. Mal wieder, wie es doch so oft ist. Einnehmen wir uns doch auf ein immer noch. Ja, und nachdem wir dieses traumatische Ereignis überwunden haben. Ach Quatsch, was heißt überwunden? Das frisst immer noch an mir. Ja, aber auch nur an dir. Ja, ich merke schon. Hier, da rechts von dir sind Titanen. Wenigstens einer, der denkt, ich wäre lecker. Ja, hier vor mir ist auch einer. Na, was meinst du? Bin ich lecker? Sag mir, dass ich lecker bin. Bitte, ich brauche diese Bestätigung. Jetzt bitte nicht in die falsche Richtung rollen. Hey. Yeah, ich lebe. Ah. Ja, das war ich. Haben alle gesehen, wie ich das war? Gut, dann ist das ja klar. So, dann kommen wir mit. Da hinten ist noch einer. Der ist hinten. Hoffentlich denken wird, dass du lecker bist. Ja, von dort aus müsstest du ihn eigentlich schon sehen. Ach so. Hey, bin ich mal das Richtige hinten gegangen. Ja, mit vorn, hinten, links und rechts habe ich so meine Probleme. Das habe ich in der Grundschule nie so hinbekommen. Ich kenne jetzt mal wieder einen ziemlichen, was, äh, oder rassistischen, ne, nicht aber einen sexistischen Witz preisen. Beeindruckt, wie du es immer wieder schaffst, alle Witze sexistisch und oder rassistisch zu machen. Das ist echt eine Leistung. Hat sich noch nie jemand dafür gelobt? Nein? Ist vielleicht besser so. Aber viele haben schon gelacht. Ja, du und deine Nazi-Freunde. Warte mal, ich bin auch einer von deinen Freunden. Fuck! War kackt. Ja, glaube ich auch. Aber dafür habe ich diesen Titan gerade richtig verarscht. Damit Erik auch aus seiner Rechnung kommt von gestern, von dieser ach so traumatisierenden Aufnahme. Sie war nicht traumatisierend, sie war schön. Nur, dass danach war unschön. Ja, ich gebe zu, er hat mich vor einem Titan gerettet, bevor ich gefressen wurde. Aber das zweite Mal hat er dann doch wieder verkackt. Also eigentlich hat er gar nichts gemacht, so wie immer. Äh, du kannst einfach nicht damit leben, dass ich mal gut fahr, was? Das gönnst du einfach nicht. Ich kann damit leben, dass du mich gerettet hast. Ich kann nur nicht damit leben, dass du es dann nicht getan hast ein zweites Mal. Äh, und meine Klingen, das mit dem Abbrechen, das kann ich dann auch nicht wirklich vergeben. Wenn ich ehrlich sein soll, fuck! Alex, gib mir doch mal eine Chance. Deine Schlingen sind abgebrochen. Du hattest die Chance. Das war Materialfehler, das war nicht meine Schuld. Das lag an diesen miesen, faulen chinesischen Kinderarbeitern, die schlechte Arbeit geleistet haben. Immer nur nachgeladen. Ey, du kommst auch nicht in die Fabriken, Junge. Jetzt sind wieder die Chinesen schuld. Wer denn sonst? Wollte gerade sagen. Wir sind doch an so vielem Schuld. Warum nicht auch daran? Woran sonst? Äh, Umweltverschmutzung? Äh, äh, globaler Wärmung? Nein, nein, ich denke jetzt immer noch an Amerika, wenn ich das so spontan höre. Juhu, ich war in deinen Haaren. Die wirst du nie wieder anfassen, hoffe ich. Fuck. Oh, aber dafür ist ein Arsch. Gott, warum? Diese Alternativen sind widerlich. Oh, ich habe mich in seine Nase gehobt. Gitt. Ich würde jetzt gern drei Stunden baden, um das auszugleichen, aber... Ähm... Was? Nein, nein. Ich meine, jährliches Bad ist noch nicht dran, weißt du. Es lohnt doch gar nicht. Ehrlich nur. Ehrlich nur. Nee, sogar. Sogar. Was? Ja, wir müssen Wasser sparen, weil... Wegen... Steinverlust. Das ist alle Begründung, die ich brauche. Tja, drei Titanen sind es noch. Aber ich kann gar nicht so weit sehen. Ja, da links, also hinter dir jetzt, in die Richtung ist einer. Ja, okay. Also in Richtung Haupthaus. Ja, jetzt ein Stückchen links, also links vom Haupthaus, jetzt von dir aus gesehen. Okay, dann gehe ich mal nach rechts, einfach um dich zu verarschen. Na, viel Spaß. Ja, werde ich haben. Mit diesem Spiel habe ich es auf jeden Fall nicht. Hoi, wo ist er denn? Also entweder würde Alex mich verarschen oder die Welt. Das Spiel ist zwar ganz witzig, aber es fehlt so ein gewisses Besonderes. Es fehlt hier Langzeitmotivation, meinst du? Ein Stückchen links. Okay. Also hier fast bei der Hauptstraße dann schon, hä? Ach, da hinten. Ja, rechts bei der Hauptstraße. Ja, genau dahinten. Ja, sehr gut. Versuch mal lieber an irgendwelchen markanten Geländepunkten, wie zum Beispiel das Zeppelin-Bordell da hinten. Ja. Na, ich kann nichts dafür, wenn du inkompetent in die falschen Richtungen drehst. Nee, 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 nee. Aber gerade darum sollst du ja markante Geländepunkte nehmen. Da kann ich mich noch so behindert drehen und die bleiben trotzdem da, wo sie sind. Hallo. Na, hat ihm ein Auftritt gefallen? Ich hoffe doch. Boah. So, und... Ha. Mann, war ich gut, ne? Ich bin so gut. Ich bin gut. Habe ich schon gesagt, dass ich gut bin? Nein? Ja? Nein? Gut. Ja, aber zwei hast du ja noch. Ich nehme an, du bist seit geraumer Zeit tot. Ja. Nimmst du es mir übel, dass ich das vollkommen ignoriert habe? Und immer noch tue? Nö. Oh, schade. Das ist meine Mission, dich zu verletzen, ja, gescheitert. Sag mal, wo der nächste ist. Das solltest du ja wohl am nächsten rausfinden. Ach, da muss ich mich ja anstrengen. Du musst nur ein bisschen rumscrollen. Was ist bei dir denn mit der Anstrengung? Scrollen? Also mit Scrollen funktioniert bei mir gar nichts. Ich glaube Schachspielen ist bei dir schon ein Ausdauersport. Also rechts vom Spawn. Okay. Jetzt guckt, ja genau, jetzt dort rechts. Nein, nein, ich will nicht kämpfen. Ich will über die Mauer fliehen. Ich will ins Innere. Ich desertiere. Okay. Und ich sehe nichts. Scheinbar sind wieder in der Ente aufgesessen. Naja, warte mal. Ich warte schon die ganze Zeit. Naja, viel anderes zu tun hast du ja nicht, wenn du schon nicht lustig sein kannst. Ist wirklich besser nicht zu erst sterben. Bis ich eben dein Buch. Ähm, ja. So, da rechts bin ich. Tatsache. Dann, aha. Da ist er ja. Warum sind die Kuchen hier immer so betroppelt? Oh, Alex ist tot. Dieses Jahr keine Herausforderung mehr dabei, oder was? Ja, so netzer. Ich meine... Warum gebe ich dem auch noch solche Vorlagen, die mich selbst dissen? Tja. Das sollte eigentlich ich wissen, aber ich tue es nicht. Ich bin zu sehr damit beschäftigt, die Tarnbrüste zu schneiden. Das ist ein schlechter Satz für Anni, aber naja. Muss halt. Oh. Es war schon beim Spawn-Warn, hätte ich eigentlich mal... Wow. Ich bin gut. Äh, warte mal. Ich bin gut. Keine Ahnung warum, aber ich bin gut. Wie habe ich den jetzt getötet? Naja, egal. Spider-Man, Spider-Man. Klatsch gegen Häuserwände. Wir sollten die Titelmelodie so ändern. Ich habe denen das vor Jahren vorgeschlagen, aber sie haben es nicht gemacht. Scheiß Marvel. Was ist DC? Oh, die Fernwars werden mich lünchen. So, all right, dann füllen wir mal nach. So, jetzt haben wir genug Kondome und weiter. So. Gott. Sag mal, wo der scheiß letzte Titarn ist. Ah, du musst mich hier wieder... Na, da, da, da. Naja, jetzt... Äh, links im Haupthaus. Links im Haupthaus. Ja, also jetzt, wenn du auf dem Haupthaus bist, genau nach links. Okay. Ich bin aber nicht auf dem Haupthaus, was mache ich denn da? Aufs Haupthaus gehen, genau. Also direkt an der... Es dreht nach links. Ich sehe... Ist er direkt an der Wand da unten, oder? Ja. Ja, er ist genau an der Mauer. Okay, ich versuche ihn zu erspähen, aber... Mein Genick ist leider zu steif dafür. Hä? Was für eine Mauer... Von was für einer Mauer redest du? Der Großen oder der Kleinen? Welche wohl? Ähm... Die mit dem roten Schindel? So, eine Halsäcke weiter, ja... Da oben ist, bevor ich bei dir spannen konnte. Könntest du jetzt blind sein. Danke. Von welcher Welt reden... Von welcher Welt reden wir gerade? Gibt es da einen Unterschied? Nein! Nein! Oh, na... Verarsch mich nicht! Das darf jetzt nicht daran scheitern. Na gut. Yay! Humanity win! Ich habe es einfach zu früh geschlagen. Hm? Ich habe es einfach zu früh geschlagen. Und du warst nicht witzig während der Todescam. Wir haben alle unsere Probleme. Ja, ich war eigentlich auch nicht da. Gutes Argument. Lass ich aber nicht gelten, weil Mango... Witz aufs Maul. Mango sind lecker. Ich weiß, dass Mango lecker sind. Weil Mango lecker sind, ist es... Ich habe gestern schon dafür einen umgelegt. Ach, du auch? Ich habe einen für Pistazien umgelegt. Fuck, sind Pistazien lecker. Die schmecken wie bereits gesalzen, wenn man sie pflückt. Mh! Köstlich. Nein, aber... Das ist das Argument, das man immer anwenden kann. So, wo gammest du gerade rum? Zwischen den Kiefern eines Titanen. So war jedenfalls der Plan, aber... Nee, gegen so einem inkompetenten Titanen... Dem will ich nicht jetzt Nahrung dienen. Obwohl, ich kann meine Meinung ändern. Ey, lass mir den doch. Sagte er und dann verkackte er und der Titan löschte die Menschheit aus. Och, Mann, oh! Na, nah dran. Wenigstens habe ich verkackt. So viel war auf meiner Prophezeiung gerichtet. Oh, die sind zwei. Ist nicht wahr. Aber einer davon ist Spider-Man. Achso, du meinst Titan. Achso. Ja. Ich dachte, endlich hast du meine Schizophrenie mal anerkannt. Nee. Das kann keiner, Erik. Was ist mit dir? Krankenkasse? Ach, die lügen immer nur. Und geben dir Bonbons, damit du dich beruhigst. Aber es schmeckt so schön und danach sehe ich immer so bunte Farben. Ja, leider nur dann. Ja. Das ist... Naja. So ist die Welt. Ich sollte mal Klingen wechseln, aber in der Luft macht sich das am allercoolsten. Darum mache ich das jetzt. Na, perfekt. Und da haben wir auch Mr. Cyrus' Tempel. Starten wir doch mal einen Besuch ab. Äh, zu Fuß scheinbar. So, hier vorne sind immer noch ein ganzes Paar. Und hier hinten ist nur einer. Ich würde sagen, ich habe gewonnen. Ja, das ist ein Wettbewerb. Es gibt einen Yuridoujin von Ymir und Christa, wo aber gar nichts passiert. Ja, das ist... Ja, das ist aller seltsamsten. Diese Doujins, die nicht zur Sache kommen. Ich weiß nicht, wozu es die gibt. Das ist deren Daseinsberechtigung. Das ist ja fast so, das ist ja fast so, wie wenn du fappen willst, aber der Plot so gut ist, dass du, äh, weiter liest. Ne, das ist wie Mastowaiting. Ja, auch. Ja, weißt du, was es ist? Soll es auch geben. Wenn man masturbieren will, aber wenn das Video eine Weile lädt und man währenddessen halt einfach, naja... Weiter masturbiert. ...hat ja sonst nichts zu tun, ja. Das ist Mastowaiting. Oh, das Wortspiel. Das ist so lustig, wie dieser Titan dort schön animiert ist. Oh, er weiß selber, wie hässlich er ist. Da, weiter. Hallo. Hallo. Äh, tschüss. Naja, gut, wir waren nicht... So. Unsere gemeinsame Zeit war kurz, aber erfüllt, würde ich sagen. Erfüllt von Blut? Hass? Nein, Dampf. Vor allem Dampf. Kartoffeln wären geil. Oh, ja, Kartoffeln, hier sind Kartoffeln. Kartoffeln, 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 Kartoffeln. Er hat Nüsse. Hm, hab ich immer noch welche da. Verdammt, immer noch. Das erinnert mich jetzt wieder an die gute Folge. Muss ich wieder auf dem Dach gehen und weinen. Nein, ich kann nicht. Oh, 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 oh. Dann spiel ich dir doch gleich dein Lied auf der kleinsten Ioline der Welt. Ich hör noch nichts. Darum ist sie ja so klein. Wow, muss man wirklich sehr klein sein. Ich bin beeindruckt. Wo kriegst du sowas her? Naja, große Titanen, kleine Menschen, es ergibt sich alles. Es macht absolut Sinn. Wie wir sehen, hat Alex gerade den Markt entschlüsselt. Alter. Los Kinder, geh zur Börse. Am besten sollte ich noch eine Post aufmachen, da die normale ja sowieso viel zu inkompetent ist. Ja, ich versuche gerade eine Post vorzustellen, die von dir organisiert wird. Nein, nicht von mir. Dafür gibt es andere Leute. Ich kaufe bloß und fahre den ganzen Gewinn ein. Ach ja, so funktioniert die heutige Welt. Er hat es begriffen, Kinder. Aber ich habe nicht begriffen, wie das mit den Titanen-Orientierungen funktioniert. Seilen sie ein Macher. Was? Seilen sie ein was? Seilen sie ein Macher. Ich dachte, seilen sie einen ab. Das hat mich verwirrt. Sollte man es zwar auch hin und wieder tun, aber die wenigsten müssen jetzt so aufgefordert werden. Marco ist der? Muss noch zwei sein? Einer. Ich meine, man könnte tagtäglich zwar so ein Obama abseilen. Womit es allerdings tut, ist dann so eine andere Frage. War das rassistisch? Nein. Ist nicht. Nein. Es war gerade rassistisch genug für den Kanal. Wie ich Alex vor jeder Folge extra nochmal sage, sei nicht zu rassistisch, aber auch nicht zu wenig. Wie war das noch gleich mit dem Actionfilm? Nein, nein, nein. Das geht zu weit. Der ist schlecht, der ist grauenvoll und darum heften sich dann Steinverluste. Obwohl, wenn ich so drüber nachdenke, ist irgendwas mit dieser Häuserwand los. Alter, wie lange soll ich mich denn noch sinnlos durch die Gegend hucken und gegen Wände klatschen? Mein Gesicht sieht sowieso schon hässlich aus. Mit den ganzen Nasenbrüchen. Ja, es liegt nur in den Nasenbrüchen. Redet das ein, Erik. Das ist wunderschön. Wir erinnern nicht die Nasen. Alter! Ja! Ja! Stür auf, du kleiner Pisskopf. Wahnsinn der letzten Worte. Und erst dann merkten die Menschen, dass er selbst Gespräche geführt hatte. Die ganze Zeit. Hm. Also ich habe eine Signal... Man könnte glatt meinen, es sei traurig. Wenn es nicht Erik wäre. Ja. Oh, wir haben hier ein sehr modebewusstes Exemplar. Trotzdem kann ich die Scheiße aus dem raus verwirren, wenn ich seinen Ellbogen rasiere. Fragt euch jetzt, warum ich den rasiere. Er sind keine Haare. Das verwirrt ihn. Zu Tode. Wieder einmal habe ich den Tag gerettet. Ich würde sagen, das ging sehr knapp so. Nö, nö. Ich würde sagen, ich hatte die ganze Zeit alles in der Hand. Bist du eigentlich gestorben während der letzten Runde, oder? Nö. Ha. Du hast in bestimmt in der Ecke gesessen, äh, gesessen. Ist das grammatikalisch richtig? Ne. Das war vollkommen falsch. Vollkommen falsch. Und viel schlimmer ist eigentlich, dass ich mir die Frage gerade gestellt habe. Oh. Schade, schon vorbei. Ich habe gerade auf zwei zugesteuert. An denen wäre ich wahrscheinlich verreckt. Ja, wirklich, wirklich. Jetzt weiß ich auch, wie schade das ist, dass die Runde vorbei ist. Wäre so schön gewesen. Hätte ich genossen. Tja, kann man nur leider nichts machen. Als sei denn, wir verwandeln uns in der nächsten Runde wieder in Titan und töten einander. Klingt doch großartig, oder etwa nicht? Nein. Wie meinst du das, Alex, der definitiv gerade hier ist, haben wir etwa keinen guten Job gelastet? Nein. Das war scheiß Job. Ich war gescheiße. Tja, wenn du das so siehst, wäre es natürlich absurd, dir zu widersprechen, genauso wie es absurd wäre, der Meinung zu sein, dass ich das hier aus alten Aufnahmen zusammengeschnitten hätte, nur weil ich dich seit Wochen nicht erreichen kann. Aber das ist ja rein hypothetisch. Viel wichtiger, wir haben Neujahr und das bedeutet, dass jetzt ein ganzes weiteres Jahr voller Let's Plays mit uns beiden Spackos vor euch liegt. Fragen wir doch einfach mal einen x-beliebigen Abonnenten, wie er diese frohe Botschaft aufnimmt. Sir, wie denken Sie darüber, dass... Also, ähm, Sir, ich wollte mit Ihnen über unsere Let's Plays... Da stand so im Skript. Dem geht's gut. Also, frohes Neues.